Ich bin ein Mann, stell' dich in die Hand. Ich bin ein Fingister-Kanzler, das hält sich hier in der Kalle. Wir rühren die Kanzel hoch in den Händen. Wir rühren die Polizei nach rechts. Ich bin ein Fingister-Kanzler, das hält sich hier in den Händen. Wir rühren die Polizei nach rechts. Ich bin ein Fingister-Kanzler, das hält sich hier in den Händen. Ich bin ein Fingister-Kanzler, das hält sich hier in den Händen. Ich bin ein Fingister-Kanzler, das hält sich hier in den Händen. und dann nur auf YouTube. Ja, hau! 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 Hochschrall möchte ich schon mit dir in der Küche, auf dem Bett und auf dem Teele. Ok! Hochschrall möchte ich so gern mit dir und du bist schon mit vielen deinem Wesen. Ich bin ein Mann, der nicht zu sein. Hochschrall möchte ich schon mit dir in der Küche auf dem Tisch und auf dem Wesen. Hochschrall möchte ich schon mit dir. Doch ihr seid schon mit vielen da gewesen und hört das zu weh, tut zu weh. Au! 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 Lazy Gentleman mehr von den Frauen hat das zweite Girlie Top für dich heute Abend. Ja, die ist genau das für die Streit hier vorne gerade erst die Reihe. Und das Anfang Mai ist leider völlig wahnsinnig. Also! Da seht nur das lauteste Organ definitiv jetzt in deinem Leben und habt ihr, gibst dir, gibst dir, gibst dir! Gibst dir! Was sagst du? Er war aber gestern schon dran. Deswegen, bitteschön einmal mit Geschäft der Freude, hast du das Original Top und vielleicht wäre noch mehr. Aber, nachdem jetzt Gott sei Dank alle aufgeben sich geschafft hat, wie meine fändische Freundin, wo kommt ihr eigentlich her? Meins! 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 So, meins bleibt meins, äh, und äh, und äh, äh, und äh, Und deswegen, alle, die jetzt seit einer Woche zufrieden sind, riesen Respekt, ich hab dir auch für die Woche hingelegt, von aller Feinden, ich hab noch nie jemand so nicht nüchtern geteilt, hier wieder so, unfassbar, unfassbar! Also, deswegen, herzlich willkommen zu Nettenfaden dieses Jahr, wenn ihr mich seht, heute noch auf dem Oberbayern, nein, ihr seid ja sonst nie wieder genau, da heißt doch einfach, ich hab Heimweh nach der Infe! Heimweh nach der Infe! Für mich dein Gäste! Ich hab Heimweh nach der Infe! Wollen Sie mal? Es ist ein schöner Abend, und die Stimmung geht so schön, doch wenn ich lief mich nicht ein Tag, wenn ich so in die erste Reihe seh, ich bin mit meinen Gedanken, da wieder Heimweh durchgebracht! Kannst du weiter singen? Und schau dich in die Gäste, 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 Gäste! Ich hab Heimweh nach dem Tönt! Ich hab' die Sonne und den Wehr! Wenn ich nie bin, ich bin zu Hause, und ich komme immer herher! Ich hab' Heimweh! 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017